Hallo, hallo! Ich wollte heute mal live gehen und mir mal anschauen, wie der neue KI-basierte Chatbot Google Bart oder Bart von Google, der so ähnlich funktionieren soll wie ChatGPT, sich in unserer letzten Online-Leistungskontrolle von vor knapp zwei Wochen oder von heute ziemlich genau vor zwei Wochen vom 05.07.2023 schlägt. Ich klicke mal auf diese Leistungskontrolle hier drauf. Ich habe in dem rechten Browserfenster unseren Moodle-Kurs offen und im linken Browserfenster hier schon mal Google Bart vorbereitet und ich klicke mal auf letzte Vorschau fortsetzen. Das ist die Vorschau, bei der ich probiert habe, das mit ChatGPT zu machen, wo man sieht, das hat ziemlich stark angefangen, die ersten drei Fragen richtig beantwortet, dann lag es leider immer daneben. Ich würde jetzt nicht hier weitermachen, sondern ich würde mal einfach eine neue Vorschau beginnen und dann sieht man hier, der Test hat ein Zeitlimit von 1 Stunde 30 Minuten. So lange werde ich hoffentlich nicht brauchen, so lange habe ich auch nicht wirklich Zeit. Aber ich klicke mal auf Versuch beginnen und es fängt an mit eben einer Frage, die wir damals schon uns in dem Video zu ChatGPT angeschaut haben. Ich klicke jetzt erstmal rein und klicke mal auf Senden. Das mit dem Kopieren hat beim letzten Mal auch gut funktioniert, mit den ganzen Sonderzeichen und so weiter und so fort. Und erkläre jetzt mal kurz, worum es hier geht. Wir haben einen obisch induktiven Verbraucher, der besteht aus einem Widerstand und besteht aus einer Induktivität. Die sind in Reihe geschaltet. Da wird eine bestimmte Wirkleistung und Blindleistung umgesetzt. Der Verbraucher ist an einer Spannungsquelle mit einem Effektivwert von 160 Volt betrieben und einer bestimmten Frequenz. Und jetzt ist gefragt, welche Scheinleistung? Und ich glaube damals interessanterweise hat es mit genau der gleichen Frage, ne, wohl, da ging es glaube ich um Leistungsfaktor. Aber das ist noch relativ einfach eigentlich auszurechnen, weil Scheinleistung ergibt sich hier aus 170 Quadrat plus 77 zum Quadrat, Blindleistung und Wirkleistung zum Quadrat, daraus die Wurzel. Das sollte der Betrag der komplexen Scheinleistung sein. Okay, schauen wir mal, was Google Bart dazu sagt. Der sagt, sagt mal der, ja, der Bart bestimmt. Sagt, okay, das ist P Quadrat, Q Quadrat zusammen, davon die Wurzel. 170 zum Quadrat, 77 zum Quadrat, ohne das jetzt nachgerechnet zu haben. Erscheint mir so ein bisschen komisch, dass da genau 200 rauskommen. Ist vielleicht ein bisschen gerundet, kann aber natürlich schon sein. So, die Wirkleistung ist die tatsächliche umgesetzte Leistung, die den Widerstand erwärmt, die Blindleistung, die zwischen der Spannungsquelle und der Induktivität hinpendet. Das stimmt auch. Naja, und die Scheinleistung ist die Gesamtleistung, die vom Verbraucher aufgenommen wird. Das ist fachlich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig richtig. Die Scheinleistung ist eben die Leistung, die man über die Kabel dazwischen irgendwie übertragen muss oder über Transformatoren und sowas. So, und dann steht da das einfach nochmal, da die Wirkleistung quadriert, die Summe quadriert wird. Das ist hier hochgradig Quatsch. Also Wirkleistung, Blindleistung müssen wir quadrieren und wir müssen die summieren. Aber wir müssen die Summe nicht nochmal quadrieren. Und dann ist auch nicht, die Wurzel davon ist die Scheinleistung nicht der Kehrwert dieser Wurzel. Das ist auch falsch. So, aber 200 Volt Ampere könnte stimmen. Könnte stimmen. Ist nicht ganz unplausibel. Ich probiere das hier mal aus, klicke auf Prüfen und das ist leider falsch. Weil da kommt irgendwie 186,6 raus. Kurze Probe. Ich probiere das mal hier jetzt mit Octave. Das hat beim letzten Mal nicht so richtig gut funktioniert, weil irgendwie das Fensterchen viel zu groß war. Aber diesmal ist es ein bisschen was kleiner, sodass ich das hier irgendwie so in die Mitte dazwischen schieben kann. Also ich probiere mal hier auszuschreiben. P ist 177 und Q sind 77 Volt Ampere reaktiv. Und dann, ups, nicht 177, sondern nur 170. Und dann wollen wir ja rechnen P Quadrat plus Q Quadrat und davon die Wurzel. Irgendwas habe ich hier getippt auf meiner Tastatur. So geht es. So, und dann kommt da 186 raus und eben nicht 200. Also, Formel richtig, Zahlenrechnung falsch, wie ich schon sage. Kommt mir so ein bisschen suspekt vor, dass da genau 200 rauskommen. Die Erklärung bis hierhin im Prinzip richtig. Der Rest ist irgendwie Quatsch. Okay, kein guter Start. Nächste Frage. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier das so mache, dass ich, ja genau, ich glaube, ich fange hier mal einen neuen Prompt an, weil das ja ein neuer Typ von Aufgabe ist. Ein Widerstand, ein Kondensator und eine ideale Spule bilden einen Reihenspielenkreis mit einer bestimmten Güte. Die Größe des Kondensators ist auch gegeben. Die Resonanzfrequenz ist gegeben. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Induktivität dieser Spule. Was man jetzt rechnen müsste, ist zu sagen, okay, die Resonanzfrequenz ergibt sich aus, oder die Resonanzkreisfrequenz ist eins durch die Wurzel von L und C. C haben wir, die Resonanzfrequenz haben wir auch, das Fr ist, oder das Omega ist zweimal Pi mal F. Dann können wir die Induktivität ausrechnen. So, jetzt kommen hier schöne Latex-Formeln auf einmal raus. Da lacht doch das IngenieurInnen- und MathematikerInnenherz auf. Also, was ich gerade gesagt habe, 1 durch die Wurzel von, nicht L durch C, sondern L mal C. Das ist, da ist leider schon die Formel falsch. Ansonsten, das 2P, das stimmt, weil um auf die Resonanzfrequenz zu kommen, müsste ich die Resonanzkreisfrequenz nochmal durch 2 und Pi rechnen. Aber hier müsste L mal C stehen und nicht L durch C. So, F ist die Resonanzfrequenz, L ist die Induktivität, C ist die Kapazität. Die Güte ist gegeben durch 2 mal Pi mal 11 R mal L durch C. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber auf jeden Fall brauchen wir die Güte jetzt überhaupt gar nicht, um hier irgendwie das... Also, ja, vielleicht kann man die Güte auch benutzen, um das auszurechnen. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall... Also, es ist ja nett, dass das hier oben so rauskommt. Wir nehmen auf jeden Fall irgendwie die Formel für diese Güte, setzen das da ein. 147 Hertz ist irgendwie dieses und jenes. Lösen wir nach L auf. Ja, jetzt ist natürlich schade, dass der Browser das hier nicht mit MathJucks oder so in vernünftige Formeln parsed und man jetzt immer im Kopf irgendwie so ein bisschen LaTeX parsen muss. Also, hier steht 2 mal Pi mal F zum Quadrat mal die Dings und dann durch 1. Das ist natürlich eine super Formel, wenn ich einen tollen Bruch schreibe und am Ende durch 1 teile, dann kommt da 1,7 Mikrohenry raus. So, die Induktivität L der Spule beträgt also 1,7 Mikrohenry. Ich zeige jetzt mal gleich kurz nebenbei, wie ich das rechnen würde. Also, ich hätte gesagt, FR sind diese angesprochenen 147, die wir auch hier drüben zu stehen haben. Ich muss das mal vielleicht ein bisschen was kleiner machen und hier hochschieben, dass ich da immer die ganzen Zahlenwerte sehe. So, 147 und wir haben C sind 8 Milli, das sind 8, 10 hoch minus 3, 8 mal 10 hoch minus 3 und jetzt könnten wir daraus eben ein Omega R ausrechnen. Omega R ist 2 mal Pi mal FR. Ja, und dann ist ja Omega R das gleiche wie 1 durch die Wurzel von L mal C. So, und die Formel, wenn wir jetzt das nach L umstellen wollen, können wir natürlich quadrieren. Dann fällt hier drüben die Wurzel weg und jetzt müsste ich das nach L umstellen, indem ich das L hier hochhole oder also nur das Omega R Quadrat darunter ziehe. Leider kann man hier in Octave kein Copy und Paste machen, aber so sollte das funktionieren. Und dann kommen da in Mikrohenry, naja, auf jeden Fall irgendwie was anderes raus, wenn ich das jetzt in Mikrohenry umrechne, mal 1 oder mal 10 hoch 6, mal 1 E6. 146 Mikrohenry, wir kopieren natürlich das, was uns jetzt hier das, der Bart gesagt hat. Ich habe mir heute extra meinen Bart rasiert, damit ich ein bisschen Instagram-Mail bevor der Kamera aussehe. So, das ist natürlich falsch. Die richtige Antwort sind diese schon angesprochenen 146,5. Schade, schade Schokolade. Da liegt der Bart leider falsch. So, jetzt haben wir wieder den ohmsch-induktiven Verbraucher. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dem Bart-Aktivitäten, letzte Themen, wie komme ich jetzt zu meinem, ah ja, hier, zu dem Dings jetzt zurück. Kann ich diese, warum diese Aktivität, kann ich hier einfach weitermachen, so wie bei ChatGPT? Wie? Ich habe es natürlich nicht ausprobiert. Ne, wahrscheinlich nach 18 Monaten wird das gelöscht. Wahrscheinlich fange ich einfach neu an. Kann sein. Mach dort, wo du vorher, mach dort weiter, wo du aufgehört hast. Hier, in einem ohmsch-induktiven Verbraucher, da waren wir noch. Okay, so, weil dann brauche ich doch nämlich nur die Frage stellen. Welchen Blindwiderstand, welchen Blindwiderstand muss ein Verbraucher, muss ein dem Verbraucher parallel zu schaltender Kondensator haben, damit er den Leistungsfaktor auf 1 erhöht? So, schauen wir mal, was Bart sagt. Der Blindwiderstand muss dem Blindwiderstand der Induktivität entgegengesetzt sein. So, der Blindwiderstand der Induktivität ist 2 mal Pi mal F, das ist Omega, das ist die Kreisfrequenz mal L und dann kommt da ein XL raus. Das stimmt schon mal. Die F ist die Frequenz, L ist die Induktivität. So, der Blindwiderstand des Kondensators ist gegeben durch 1 durch Omega mal C, das stimmt auch, C ist die Kapazität in Farad. Um den Leistungsfaktor auf 1 zu erhöhen, muss der Blindwiderstand des Kondensators, also gleich der Blindwiderstand der Induktivität sein. Das klingt auch total plausibel, ist aber leider in dem Fall trotzdem wieder falsch, weil, naja, das ist ja ein ohmsch induktiver Verbraucher, da sind der Widerstand und die Induktivität in Reihe geschaltet und zu dem Verbraucher schalten wir jetzt den Kondensator parallel. Das heißt, die Induktivität hier, die sieht ja einen anderen Strom dann und auch eine andere Spannung als die Kapazität hier. Also die Spannung, der Strom ist komplett unterschiedlich und die Spannung über dem gesamten Verbraucher über Widerstand und Induktivität, die ist ebenso groß wie die Spannung über dem Kondensator. Und deswegen gilt das hier leider nicht. Nämlich, was man gleichsetzen müsste, ist nicht die Blindwiderstände direkt, sondern deren, die dort umgesetzten Blindleistungen. Also das hier gilt, ja, wenn beide Blindwiderstände in Reihe geschaltet sind. Also in einem Reihenschwingkreis, da gilt diese Gleichung hier. Aber das ist kein Reihenschwingkreis, deshalb gilt das nicht. So, naja, gut, dann kann man das irgendwie umstellen, dann kommt da irgendwie sowas bei raus und dann 40 Hertz, 10 Dings, kommen da irgendwie 3,04 Ohm raus. Ist auch spannend jetzt, dass vorher uns das Teil mal Sachen mit einem Dezimal-Komma ausgegeben hat, meines Erachtens, und jetzt uns was mit einem Dezimal-Punkt gibt. Das erscheint mir auch einigermaßen suspekt. So, ich kopiere das hier mal rein in der Weisen, voraussichtlich, dass das sowieso schon falsch ist. Ich habe jetzt keine Lust, das alles in Octave parallel zu rechnen, weil sonst das Video zu lange wird. Ich postuliere mal, das ist falsch, weil dieser Ansatz da einfach nicht stimmt und ich gehe für dieses Schalten, da kommt auch was viel Größeres bei raus. Okay, also, nächste Frage, nächste Seite, bisher leider keine richtig. Es ist die gleiche Frage, wie groß ist der Blindwiderstand der Induktivität? Das müsste das Teil vielleicht rauskommen, weil das hat es ja uns hier schon mal gerade geschrieben. Es ist jetzt nur die Frage, wir müssen das natürlich irgendwie aus dieser Blindleistung ausrechnen. So, also da kommt erstmal, der Blindwiderstand ist das und das, das stimmt. So, hier ist die Frequenz und die Induktivität 10 Millihenri. Ja, das ist aber leider irgendwie falsch. Also, wo hat er denn jetzt diese 10 Millihenri eigentlich her? Ja, die hat er hier irgendwie aus dem, aus dieser Reihenschwingkreisformel ausgerechnet. Das war schon auch irgendwie falsch mit diesen 10 Millihenri. Da steht ja auch nur irgendwo, dass die Induktivität 10 Millihenri beträgt. Das fällt hier einfach so vom Himmel. Dann werden diese 26,46 Ohm, würde ich jetzt so vermuten. Hier interessanterweise, hier ist ein Dezimal Komma, hier ist ein Dezimal Punkt. Gut, nicht sehr konsequent, das Teil. So, wir prüfen die, ich, also die Größenordnung klingt nicht verkehrt. Ähm, ich würde trotzdem vermuten, dass das falsch ist. Das müsste ein bisschen größer sein und das ist es auch. Okay, schade, schade, hätte er sein können. So, jetzt haben wir wieder diesen Reihenschwingkreis. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich da hinkomme. Google Bart, Bart Aktivitäten. Nee, wie, wie, wie kann man denn da hin? Ähm, weitere laden, keine Kommentare fahren. Wie will ich denn? Wie, wie, wie bin ich denn da zurückgekommen? Try Bart. Na, wahrscheinlich muss ich einfach nochmal auf Bart.google.com. So, in einem, ein Widerstand hier. Da waren wir. Jetzt fragen wir, wie groß ist der Widerstand Angabe in Milliohm? Da bin ich mal gespannt. Keine allzu komplizierte Frage, weil die Formel, da stand ja schon so eine Formel mit der Güte. So, die Güte eines Reihenschwingkreises ist gegeben durch. Hm, naja, die Formel Omega R mal L durch C. Na doch, die könnte schon stimmen, weil Omega R, hatten wir ja gerade, ähm, ist ja sowas hier wie Omega R ist 1 durch Wurzel. Ich kann das ja mal rückwärtig ausrechnen, weil ich jetzt ja L und C noch drin habe. Ja, ähm, sowas. So, und das heißt, wir kürzen hier von dem L ein Wurzel L weg und es kommt ein Wurzel C dazu. Dann steht da 1 durch R mal Wurzel L durch C. Das passt. So, Güte, 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 Güte. Jetzt können wir Güte, 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 Güte da einsetzen. Äh, 2 mal 11. Und durch R teilen und das nach R auflösen. 3,23 Milliohm. Das passt auf jeden Fall von der Größenordnung. Ich hoffe mal, dass sich das Teil jetzt nicht wieder verrechnet hat hier mit irgendwelchen Einheiten und mit irgendwelchen 2Ps und so. Aber allein von der Formel her sieht das nicht allzu verkehrt aus. Prüfen wir mal in Milliohm. Ja, schade, schade. 3,076. Was ist denn da schiefgelaufen? Das interessiert mich jetzt mal, weil das ist ja, das ist ja irgendwie komisch. So, also die Formel lautet Q ist 1 durch R mal Wurzel L durch C. Ja, so. So, bevor ich das jetzt mache, ich mache nochmal kurz eine Probe, wenn ich das Omega R, ob das jetzt richtig war, wenn ich das durch 2 und durch, durch 2 und durch Pi rechne, dann müssten wieder die 146 Hertz rauskommen. 147 Hertz und das kommt auch. Also die Werte, die ich hier bisher habe, stimmen. So, und jetzt gilt eben Q ist 1 durch R mal Wurzel L durch C. Die Schrift ist hier vielleicht ein bisschen klein, aber die kriege ich jetzt hier nicht größer auf die Schnelle. So, und jetzt will ich ja R haben, also mache ich das Q hier weg und schreibe hier dafür ein R hin und andersrum, tausche das so über Kreuz. L habe ich, L habe ich, C habe ich, Q, jetzt tippe ich das erstmal ein, jetzt sagt er mir, Q brauchen wir wahrscheinlich noch, aber Q ist hier oben falsch. Q sind 177 aus einer fährigen Aufgabe. Q sind 44. So, also das, kommen da 3,076 raus, genau das, was hier steht, als richtige Antwort. Tja, so, jetzt rechnen wir mal das nach, was hier der Bart gerechnet hat. 2 mal Pi mal 147 Hertz mal, naja, das L ist hier schon irgendwie falsch, ne, die 1,7 Mikro Henry waren falsch, die der da vorher gerechnet hat. Deswegen kommt da das falsche raus. Wenn ich da jetzt mal das richtige L rechne und durch das richtige Q teile, durch die 44, dann kommt da auch der richtige Wert raus. Also Formel stimmt, aber das L hier oben stimmt nicht, weil, tja, weil, weil ja das hier oben irgendwie auch falsch war. Warum war denn eigentlich das falsch? Lösen wir nach L auf. Das war doch auch die Formel mit dem, mit der Güte. Tja, aber hier bei der Güteformel in die erste, setzen wir Q in die erste Formel ein, ja, und in der ersten Formel, die erste Formel hat hier das Problem, dass das L durch C falsch war. Also, tja, wie man es macht und wie man sich dreht, es, also ich postuliere, wenn man keine Ahnung hat von dem, was hier steht. Also, ist mal genauso schlau wie vorher. So, okay, Frage 6. Wir sind wieder bei dem ohmsch induktiven Verbraucher. Ich glaube, ich lade jetzt hier einfach neu. Genau, dann kann ich in den ohmsch induktiven Verbraucher reingehen. Und, also, ChatGPT ist vielleicht etwas intuitiver vom Benutzerinterface. Ah ja, aber wenn ich, ich sehe gerade, wenn ich jetzt hier rauszoome, dann sehe ich ja auch die letzten Themen. Okay, hätte mich jetzt auch arg gewundert, wenn, wenn sich, wenn man sich bei Bart und bei Google ein komplett neues Interface ausgedacht hätte. So, jetzt fragen wir nach der Induktivität. Die war, glaube ich, vorher schon falsch, ne, hier mit den 10 Millihenry. Die 10 Millihenry sind immer noch falsch, weil, weiß nicht, warum eigentlich, weil der Strom, irgendwo kommt hier aus dem Himmel ein Strom gefallen. Der Strom ist aber falsch. Tja, die Induktivität des Verbrauchers beträgt 10 Millihenry. Und weil, weil er das jetzt eigentlich schon weiß, sagt er sofort, äh, können wir auch einen Strom ausrechnen. Lass mal einen Strom ausrechnen. So, prüfen, 10 Millihenry sind falsch, hatten wir vorhin schon, sind viel mehr. Okay, so, dann haben wir wieder keine, keine gute Randomisierung in der Aufgabenreihenfolge drin. Wie groß ist die absolute Bandbreite des Schwingkreises? Keine allzu komplizierte Frage, muss man sagen. Weil, das, was man machen kann, ist, man kann die Resonanzfrequenz ausrechnen. Ähm, und, ja, 1 durch, warum steht da 2 mal Q? Das erscheint mir ein bisschen komisch. Und fragt C durch L. Also, die Formel hier ist, würde ich sagen, falsch. Und die absolute Bandbreite ist auch falsch. Das sollte viel, viel, viel mehr sein. Äh, bevor ich jetzt auf Prüfen klicke, gehe ich mal kurz ins Oktav rein. Also, wir haben ja hier noch Omega R als Resonanzkreisfrequenz. Und wenn ich das jetzt durch die Güte teile, dann sollte ich auf die relative, äh, Quatsch, auf die absolute Bandbreite kommen, des Schwingkreises 20,99 oder 21, 1 durch Sekunde, das sollte hier rauskommen. 20,99, das ist leider falsch. Okay. Also, tja, sieht nicht allzu schlecht aus, ist aber trotzdem Kokolorus. Wie groß ist der Scheinleitwert, der Betrag der komplexen Admittanz dieser Reihenschaltung? Es geht jetzt nur um den Verbraucher, den ohmsch-induktiven Verbraucher. Und jetzt ist die Frage nach dem Scheinleitwert. Wie ich das jetzt rechnen würde, ich würde wieder aus P und Q, S ausrechnen, wie wir das gerade schon mal hatten. Aus S und der Spannung, aus der Scheinleitung der Spannung den Strom ausrechnen. Und dann aus dem Strom und der Spannung den Leitwert ausrechnen. So, mal gucken, was jetzt Bart sagt. Das sagt uns, das sind 12, irgendwas Millisiemens. Von der Größenordnung passt das schon mal. Der Scheinleitwert ist im Normalfall komplex, ne. Die Admittanz hat einen Leitwert und einen Blindleitwert oder einen Wirkleitwert, einen Blindleitwert. Und die kann man irgendwie berechnen mit U, P durch U und Q durch U. Das kann man, ne, bestimmt so machen. Aber nicht für diese Schaltung, weil die gesamten 160 Volt, die wir hier haben, ja nicht komplett über der Induktivität und oder über den Widerstand abfallen, sondern sich aufteilen. Also das hier würde gelten, wenn ich eine Parallelschaltung habe. Habe ich aber nicht. Aber ich meine gut, man könnte ja vielleicht erstmal davon ausgehen, dass man eine Parallelschaltung hat. Und dann mit der Parallelschaltung in den Scheinleitwert ausrechnen, würde es ja trotzdem funktionieren. So, also gucken wir mal. Das macht er jetzt irgendwie, Scheinleitwert, dann kommen da so und so raus. Der Betrag ist gegeben durch das. Und naja, also hier kann man jetzt aber schon mal, finde ich, ein bisschen drauf schauen, wie eine im Sehvermögen eingeschränkte Person mit einer Gehhilfe 1,07 zum Quadrat und 0,5 zum Quadrat zusammen und davon die Wurzel werden mit Sicherheit nicht 12 ergeben. Das ist, also hier unten diese Zahlenrechnung, die ist ganz offensichtlich falsch. Tja, so, kurze Geschichte, das auszurechnen. Also das S haben wir hier noch. Ne, haben wir nicht mehr. Haben wir nicht ausgerechnet. Aber das war das hier oben. Also ich muss nochmal Q auf 77 rechnen, setzen und dann hatten wir hier so ein SQRT Square Root und da kam S raus. So, das waren die 186. Wenn ich jetzt S ist U mal I rechne, wenn ich das nach I umstelle, dann kommt da raus I ist S durch U. So, dann kommt da erstmal raus Strom. Spannung kenne ich nicht, kann ich keinen Strom ausrechnen. U ist 160, dann kommt da ein Strom raus. Und die Admittanz, das Y ergibt sich jetzt aus I durch U. Und dann sind das 7,2 Millisiemens und nicht 12, irgendwas. Und das hier ist wahrscheinlich auch falsch. Also gucken wir mal, ich nehme den Wert, den uns Bart sagt, klicke auf Prüfen und dann ist das leider, leider falsch. Und der richtige Wert ist 7,29 Millisiemens, wie gerade mit Oktav ausgerechnet. So, wir sind bei der neunten Frage. Bisher ist noch keine richtig. Und also selbst die Formeln meines Erachtens hätten uns jetzt nicht wahnsinnig weitergeholfen, weil die Formeln einfach, also entweder sind sie falsch oder sie passen nicht mal zu der Schaltung oder zu dem Problem, was sie angegeben ist. Tja, die Frage ist jetzt vielleicht so ein bisschen, wenn man als Student, als Studentin in einer schriftlichen Prüfung jetzt Bart und oder ChatGPD benutzen würde und diese Formeln aufschreiben würde als Lösung, würde man noch irgendwie ein paar Punkte auf den Ansatz bekommen von einem wohlwollenden Korrekteur oder einer wohlwollenden Korrekteurin. Vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber die Fehler hier sind schon eigentlich ziemlich haarsträumend und ziemlich hanebüchen. So, wir brauchen jetzt mal einen neuen Chat, weil es eine neue Aufgabe gibt. Ein Widerstand und eine Kapazität sind parallel geschaltet. Und jetzt ist nach der dualen Schaltung gefragt. Die duale Schaltung wäre dann natürlich ein Widerstand oder ein Leitwert und eine Induktivität in Reihe und nicht parallel. Und wie groß ist jetzt die Induktivität in dieser dualen Schaltung? Und zwar unter der Bedingung, dass die Impedanz der dualen Schaltung fünfmal so groß sein soll wie die Admittanz der Originalschaltung. So, was jetzt spannend ist, ist das, also hier steht ja schon, die Impedanz der dualen Schaltung. Ja, die duale Schaltung, deren Impedanz und Admittanz der Originalschaltung. Warum rechnet uns Bart, warum zeigt uns Bart jetzt hier die Impedanz der Originalschaltung? Ist überhaupt nicht gefragt für diese Aufgabe, auch überhaupt gar nicht sinnvoll und notwendig, sich das anzuschauen. Aber Herrgott, man kann es ja mal machen. So, R parallel C, boah, das ist, das ist, das ist schon echt richtig hart, was hier steht, weil hier müsste natürlich die Impedanz stehen. Ich kann nicht 1 durch R plus 1 durch C rechnen. Das geht von den Einheiten ja gar nicht. Okay, hier hinten löst sich das so ein bisschen auf, weil hier jetzt steht 2 mal Pi mal F mal C. So, und da kommen da 500 Ohm raus. So, jetzt sagt ja die Admittanz der Originalschaltung, okay, 1 durch Dings ist 2 Millisiemens. Aber, boah, das ist, das ist ja hier auch irgendwie so der Betrag, aber so richtig auch nicht, weil dafür müssten ja eigentlich die Quadrate stehen und das J fehlt und die komplexe Rechnung fehlt. Das ist ja also, das ist alles. So, die Impedanz der Dualenschaltung ist 5 mal so groß wie Dings. Und jetzt können wir ausrechnen, die Induktivität in der Dualenschaltung. Reinschaltung L ist 2 mal Pi mal F mal C. Wo kommt denn jetzt das C her? Und das C ist dann wieder das. 1,5 Millihenri. Boah, ne. Also, ich tippe das ein. Hier ist wieder ein Dezimalpunkt, den ich in der Komma ändern muss. Also, größenordnungsmäßig kann das stimmen. Das wird aber trotzdem grandios falsch sein, weil diese Formeln alle Quatsch sind. Da kommt 25 raus. Einfach die 5 mal 5. Okay, nächste Seite. Eine konstante Gleichspannungsquelle. Ich brauche einen neuen Chat und tippe das erstmal ein, damit Bart mal schon mal ein Momentchen nachdenken kann. Also, eine Gleichspannungsquelle, die wird für eine bestimmte Zeit an einen Widerstand geschaltet und dann wieder abgeschaltet. Und das wiederholt sich periodisch. Also haben wir an dem Widerstand sowas wie eine Rechteckpulsfolge bestehend aus dieser Gleichspannung eingeschaltet für 8 Millisekunden und ausgeschaltet. So, das Schaltverhalten des Schalters ist ideal. Der schaltet super schnell an, super schnell aus, sperrt perfekt, leitet perfekt. Jetzt ist die Frage, welche mittlere Leistung wird im Widerstand umgesetzt? Diese Frage konnte ChatGPT richtig lösen. So, die mittlere Leistung PM für Mittel im Widerstand ist gegeben durch. Oh, U² durch R, das ist schon mal nicht verkehrt für eine Wirkleistung. Ja, oder nee, überhaupt Leistung für Gleichspannung. So, und jetzt multipliziere ich mal mit dem Verhältnis zwischen Zeitdauer des Zyklus und die Periodendauer. Also ich würde ja sagen, Zeitdauer eines Zykluses, das ist die Periodendauer. Aber das, was Barth hier mit Sicherheit meint, ist, naja, wann ist es an? Das ist die Einschaltdauer und das ist eben die Gesamtdauer dieses periodischen Zykluses. So, daraus folgt, daraus folgt, daraus folgt, so das 162 Watt die Mittel. Also die Größenordnung stimmt, würde ich sagen. Die Formel ist trotzdem falsch, weil man dieses Verhältnis hier, naja, muss man das noch quadrieren? Nee, eigentlich könnte das so passen an der Stelle. Na gut, probieren wir es mal aus. Also vielleicht liegt ja Barth hier auch richtig, weil wenn ich sowas wie den Effektivwert der Spannung ausrechne, dann muss da die Wurzel dieses Verhältnisses rein, aber die Spannung ist ja hier zum Quadrat. Also müsste hier auch das Quadrat dieser Zeit stehen. Natürlich macht das auch Sinn. Ich habe für einen gewissen Anteil diese Leistung und dann für einen gewissen Zeitanteil gar keine Leistung. Wenn ich die mittlere ausrechne, ist das einfach das Verhältnis dieser Zeiten. So, die 8 Millisekunden, die 11 Millisekunden stimmen, der Rest stimmt. Jetzt können wir nur hoffen, dass das hier richtig eingesetzt und ausgerechnet wurde. 162 Watt, probieren wir es mal aus. Und nein, es stimmt nicht. Was ist denn hier? 100, 1000, 200. Also es stimmt ja irgendwie. Aber da fehlt irgendwie eine Dezimalstelle. So, also kurze Rechnung in Octave. 198 zum Quadrat. Das ist natürlich schon relativ viel durch 16 mal 8 durch 11. Macht tatsächlich 1623,7. Was, wie kann man denn sich, wie kann man sich denn, naja, es ist eben Sprachmodelle und kein Rechenmodell. Wie kann man sich denn so vertun bei solcher vermeintlich simplen Zahlenrechnung? Also ein Learning auf jeden Fall wäre, traue keiner Zahlenrechnung von BART und vielleicht auch nicht von JGPT, sondern investiere immer in die Zeit, diese Zahlenrechnung nochmal nachzurechnen. Okay, dann haben wir eine schöne Frage. Die eignet sich eigentlich perfekt für ein Sprachmodell, weil es wirklich nur um Sprache und oder eine Begründung geht. Also die Maschenstromanalyse ist ein Netzwerkberechnungsverfahren. Da beschreibt man das Verhalten der Schaltung durch eine Matrix, eine Maschenwiderstandsmatrix. Und die ergibt multipliziert mit dem Spaltenvektor der unbekannten Maschenströme, die man mal ausrechnen möchte, auf der rechten Seite des Gleichungssystems ein Spaltenvektor der Quellen, den man kennt. Und jeder Widerstand hat verschiedene Einträge in der Maschenwiderstandsmatrix. Und jetzt ist die Frage, wie oft kann ein Widerstand insgesamt auf der Hauptdiagonale und den Nebendiagonalen der Maschenwiderstandsmatrix stehen? Man antworte und begrüde in Satzform. Und die Antwort ist, je nachdem, wie man diese Maschen legt, wenn man einen, also wenn man Maschen so in die Schaltung reinpackt, dass jede Masche durch, und das kriegt man hin, ja, dass jede Masche durch einen bestimmten Widerstand durchläuft, dann kann dieser eine Widerstand auf allen Elementen der Matrix, auf allen Hauptdiagonale und allen Nebendiagonalelementen der Maschenwiderstandsmatrix auftauchen. Also wenn die Matrix irgendwie n kreuz n ist, und das muss ja sein, die muss quadratisch sein, dann kann der Widerstand da auch n Quadrat mal auftauchen. So, na gut, also schauen wir mal, was der jetzt sagt. Der sagt, ein Widerstand kann einmal auf der Hauptdiagonale und einmal auf jeder Nebendiagonale Matrix stehen, das ist schon mal falsch. Dann steht hier so ein bisschen Begründung. Die Hauptdiagonale der Matrix, die sich zwischen den gleichen Maschen befinden, das ist schon irgendwie falsch. Die sich zwischen benachbarten Maschen befinden. Also die Hauptdiagonale enthält die Widerstände in der jeweiligen Masche. Die Nebendiagonalen enthalten die Koppelwiderstände zwischen benachbarten Maschen. Das stimmt vielleicht so in der Art und Weise. Da ein Widerstand nur zwischen zwei Maschen liegen kann, das ist falsch. Ich kann Maschen so hinlegen, dass ein Widerstand in allen Maschen der Schaltung auftaucht, je nachdem, wie man die Maschen hinlegt. So, und eine Maschen-Widerstands-Matrix mit drei Maschen, ja klar, neun Elemente. In dieser Matrix steht der Widerstand R11 auf der Hauptdiagonale. Naja klar, ist ja auch ein Hauptdiagonale-Element. R12 auf den Nebendiagonalen, der Widerstand R21 auf der Hauptdiagonale. Ja klar, der steht auch auf der Hauptdiagonale. Wer sieht es nicht? Der Widerstand R22 auf der Nebendiagonale, das ist alles grandios, grandios falsch, was hier steht. Der Widerstand, also auch dieser ganze Quatsch, den man jetzt überall liest mit, das ist das jetzt hier, das wird unser neuer Personal Tutor und dem kann man jetzt irgendwie fachliche Fragen stellen und dann antwortet er da drauf. Boah, also wenn der mir sowas antwortet, ich weiß es nicht. Also für einfache Fragen mag das gehen, aber hier ist man ja am Ende verwirrter als vorher. Ja, weil das ja alles vorne und hinten nicht stimmt, was hier steht. Der Widerstand steht nicht auf der Hauptdiagonale. Der Widerstand R13 steht nicht auf der... Hier, das ist, der ist nicht auf einer Hauptdiagonale und nicht auf einer Nebendiagonale. Der ist praktisch außerhalb der Matrix ausgebrochen. Der hat die blaue Pille genommen, glaube ich. Ich, ich weiß es nicht. Also das, ich kopiere das jetzt mal hier rein. Das wird jetzt natürlich nicht bewertet, weil das ein Mensch bewerten müsste, aber das wäre auf jeden Fall falsch. So. Okay, knapp eine Stunde habe ich noch. Jetzt sind wir wieder bei dem Ohmsch induktiven Verbraucher. Und es geht weiter. Was ist, wie groß ist der Effektivwert des Stromes? Den habe ich schon mal ausgerechnet. In meinem Octave kann ich gleich mal nachgucken. Den würde ich jetzt, wie gesagt, Wirkleistung, Blindleistung ergeben, Scheinleistung, Scheinleistung, Entspannung ergibt einen Strom. Barth rechnet das irgendwie hier mit einem Widerstand aus. Der Widerstand ist 100 Ohm. Das ist aber falsch. Meines Erachtens 0,37 Ampere. Kopiere ich mal rüber. Was ich ja spannend finde, ist, dass eben manchmal Formeln, also hier in dem Skript werden jetzt auch vergleichsweise komplizierte Formeln irgendwie direkt geparst und angezeigt. Und manchmal hat man irgendwie so einen Latif-Code, den man dann im Kopf parsen muss. So, das wird falsch sein. Ich gucke jetzt erstmal kurz ins Octave rein. Hier haben wir den Strom ausgerechnet 1,16 Ampere. 1,17 Ampere. Das ist ja auch als richtige Antwort angezeigt. Tja, schade, schade. So, jetzt sind wir wieder bei der Resonanzfrequenz. Das ist diese Aufgabe. Und wie groß ist die Resonanzkreisfrequenz? Das ist jetzt wirklich die einfachste Frage hier meines Erachtens im ganzen Test. Ich muss einfach das nehmen und mal 2 Pi rechnen. Das kann man nicht versägen, diese Aufgabe. Oh, jetzt auf einmal ist, ja, aber man, also wenn man, wenn man, ach, boah, 1,25 Megahertz. Boah. Und jetzt rechnet er das nochmal mal 2 Pi. Also das ist alles so haarstreuend falsch. Das ist unglaublich. Mal 10 hoch 5. Kann ich das hier so eintippen? Mal 10 hoch 5. Ich probiere das mal mit einem Komma. Es kann jetzt sein, dass das sagt hier, das ist aber keine Zahl. Ja, naja, das ist auch falsch. Das sind die 123,6, die auch hier irgendwo in meinem, äh, 6, 923,6, die auch hier in meinem Octave-Skript auftauchen. Ähm, tja, also, wenn es nicht mal das kann, was kann es denn dann? Das ist, äh, wirklich, wirklich schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt haben wir diese Parallelschaltung in einem Ohm. Ach so, Moment. Ah, warte mal. Ich, ähm, zurück. Ich hab, ich hab, glaube ich, die, 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 die falsche, ich hab ihn verwirrt, ich hab das Falsche genutzt. Ein Widerstand, hier, hier war ein Widerstand. Also, zweite, zweite Chance. Ich kann das natürlich nicht nochmal prüfen jetzt. Da müssen wir ihm nachträglich einen Punkt gut schreiben. Aber das ist genauso falsch, was hier rauskommt. 2,2, 2 mal Pi mal F durch R, 2 mal Pi mal 147 und dann kommt da 2,42 raus. Das, da ist, also, da ist doch, nee, das ist ja, das ist ja noch, noch falscher, noch schlimmer. Nee, also, weiß nicht, das ist alles so kaputt. Ähm, das geht gar nicht. So, jetzt sind wir wieder in dem, ein Widerstand, eine, ähm, nee, das war die duale Schaltung. Ich glaube, die Schaltung hatte ich noch, die Aufgabe hatte ich noch gar nicht. Kann das sein? Eine konstante Gleichspannungsquelle, ja. Da muss ich nochmal einen neuen Chat aufmachen. Das ist dann der sechste und letzte Aufgaben-Typ. Also, wir haben einen Widerstand und eine Kapazität, die sind parallel geschaltet und werden von einer idealen Spannungsquelle gespeist. Die hat 11 Volt als Effektivwert und eine bestimmte Frequenz, die so ungefähr der Netzfrequenz entspricht. Und jetzt ist der Effektivwert des Gesamtstromes gesucht durch diese Parallelschaltung. Oh, hier taucht mal ein J auf und eine komplexe Rechnung, gar nicht mal so schlecht. So, der Effektivwert beträgt 4,7 Milliampere. Die Formel für den Gesamtstrom in einer Parallelschaltung, das ist leider, leider, leider falsch. Ähm, weil das wäre, also I ist U durch Z, stimmt prinzipiell, aber das Z, was hier steht, ist nicht das für die Parallelschaltung, sondern es ist das für eine Reihenschaltung, weil hier ja die Impedanzen addiert werden und nicht die Admittanzen. Ja, wobei U der Effektivwert ist, das stimmt irgendwie alles. Die Winkelfrequenz oder Kreisfrequenz ist zwar wie mal F, die Frequenz ist, wobei F die Frequenz ist. So, damit ergibt sich für den Gesamtstrom dieses und jenes. Dabei ist J die imaginäre Einheit. Was jetzt, finde ich, spannend ist, ist, dass ja hier was Komplexes steht. Ja, hier steht das J mit drin. Eigentlich müsst ihr was mit Imaginärteil und Realteil rauskommen und er uns nur dieses anzeigt. So, ich kopiere das hier schon mal rüber. Ich nehme jetzt mal trotzdem nochmal Octave und schiebe das mal wieder so hin, dass ich das ja irgendwie hinbekomme. So, also R sind 167, C sind 13 Mikro, Mikro sind 10 und minus 6. U sind 11 Volt und F sind 49. So, damit können wir ein Omega ausrechnen. Das ist 2 mal Pi mal F. Das sollten 315 oder so sein, 307, irgendwie sowas in dem Dreh. So, jetzt können wir im Prinzip diese Formel da nehmen. I ist U durch Z. Ich schreibe das erst mal so hin. Ja, aber das Z ergibt sich eben aus der Parallelschaltung. Also Z ist 1 durch, und jetzt müssen wir die Admittanzen addieren. Also 1 durch R plus J mal Omega mal C. So, genau. Und dann sollte da ein Z rauskommen. Jetzt kann ich I ist U durch Z rechnen. Dann kommt da ein I raus. Und da sieht man jetzt, das ist wie angesprochen, das hat ein Realteil, ein Imaginarteil. Das ist jetzt komplexwertig. Jetzt kann ich den Betrag von diesem Strom ausrechnen und den Betrag noch in Milliampere umrechnen. Dann sind das knapp 80 Milliampere. Das sollte hier rauskommen. Die 4,7 sind mit Sicherheit falsch. Da kommen diese 79,2 raus. Schade, schade. Nächste Aufgabe, die leider falsch ist. So, jetzt haben wir wieder den ohmsch induktiven Verbraucher. Wie groß ist der Leistungsfaktor des Verbrauchers? Das war eine Frage. die Chat-GPT auch richtig lesen könnte. Wie würde man das jetzt machen? Man würde aus P und Q über P² und Q² und davon die Wurzel wieder das S, die Scheinleistung ausrechnen und P durch S ergibt den Leistungsfaktor. Mal gucken. Das ist, glaube ich, richtig. Der Leistungsfaktor ist das. Die Scheinleistung ist 200 Volt Ampere. Das war falsch. Ne, das wird auch falsch sein. Also die 0,87 ist zumindest mal irgendwie so größenordnungsmäßig richtig. Ich gucke noch mal ins Oktave rein. Haben wir hier noch das S drin? Haben wir noch das P drin? Dann können wir P durch S rechnen und dann sind das 0,9109 und nicht diese Dings, weil hier die 200 schon falsch sind, weil das schon ganz am Anfang die Zahlenrechnung war, die da falsch ist. So, also prüfen wir das mal. Das ist falsch. Die richtige Antwort ist 911. Schöner Witz aus meiner ehemaligen Lieblingsfernsehserie. Married with Children auf Englisch. Zu deutsch, schrecklich nette Familie, wo die etwas naive Tochter gesagt hat, sie wollte den Notarzt oder den Notdienst anrufen. I wanted to call 911, but I couldn't remember the number. Das spiegelt sich hier in der Aufgabe wieder. So, dann sind wir so Hälfte durch. Ich mache jetzt mal einfach ein bisschen schneller. Wie groß ist der Scheinwiderstand? Betrag der komplexen Impedanz der Reihenschaltung. Das hatten wir jetzt ja auch schon mal irgendwie ausgerechnet. Muss ich mal gucken. Also U, hier müssen noch die 160 drinstehen. Ne, stehe nicht. Muss ich nochmal auf 160 ändern. I hatten wir jetzt auch schon irgendwie umgerechnet. Aber das S stimmt noch. I war S durch U. Dann kamen wir auf diese und U durch I ergibt das Z. Der Scheinwiderstand 137. Die Formel stimmt, aber das, was er hier reingibt in die Formel, das stimmt einfach nicht, weil er das vorher schon falsch ausgerechnet hat. Damit kann natürlich das Endergebnis auch nicht stimmen. Selbst wenn diese Zahlenrechnung hier nicht stimmt, die 121 stimmen nicht. Dafür stimmen die 137, die ich ja auch in meinem Octave-Skript ausgerechnet habe. Okay. So, 17. Frage. Wir sind wieder bei der Maschenstromanalyse. Das war hier. Und die Frage jetzt lautet, wie oft kann ein Widerstand maximal auf der Hauptdiagonale, nur auf der Hauptdiagonale dieser Maschenwiderstandsmatrix auftauchen? Und die Antwort lautet, so oft wie diese Hauptdiagonale Einträge hat. Also wenn es eine Drei-Kreuz-Drei-Matrix ist, so wie in dem Beispiel, dann kann der Widerstand dort dreimal auftauchen, weil ich die Maschen so legen kann, dass jede Masche durch einen Widerstand, also dass ein bestimmter Widerstand von allen Maschenströmen durchflossen wird. Und das hier ist falsch, weil da schon mal steht, brauche ich, ich lese es jetzt gar nicht weiter durch, kann einmal, kann maximal einmal, ist grannios falsch. Okay. Ja, und die Begründung hier wird so ähnlich sein wie vorhin. Der Widerstand R2, R1 steht nicht auf der Hauptdiagonale, das stimmt mal. Ja, naja. Also hier unten, die Begründung ist diesmal ein bisschen schöner, weil hier stehen wirklich R1, R2, R2, R3, R3, die stehen alle auf der Hauptdiagonale, die anderen stehen alle nicht auf der Hauptdiagonale. Ja, das ist so klassisch, das gilt irgendwie so für jede Matrix, das hat jetzt aber mit Maschenstromanalyse im Prinzip überhaupt nichts zu tun. So, wir sind wieder bei dem ohmsch induktiven Verbraucher und die Frage lautet jetzt, wie groß ist der Widerstand R des Verbrauchers in Ohm? Das hat er uns ja hier schon mal ausgerechnet mit diesen 100, jetzt rechnet er hier irgendwas zurück, Z minus X und 100, das ist meines Erachtens falsch. Weil das ja schon vorher auch nicht stimmte. Wie ich das jetzt machen würde, ist, wir haben schon den Strom ausgerechnet und wir wissen, P ist I² mal R. Also wenn ich das R haben will, kann ich P durch I² teilen und dann kriege ich R raus. Und dann sind das 124 Ohm und eben nicht 100. Also gucken wir mal, achso, ich muss ja das BART-Ergebnis nehmen, dass ich ja das Testergebnis verfälsche. Also 100 sind falsch, es sollten 125 sein oder eben diese 124,95, die ich hier mit Oktave ausgerechnet habe. Okay, dann haben wir noch die nächste Frage. Eine Parallelschaltung mit dem Widerstand und Kapazität, das ist das hier. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Und auch das ist eine sehr, sehr, sehr einfache Aufgabe, wenn man so will. Weil das, was ich jetzt tun muss, ist, ich muss U durch R rechnen. Ich muss das Ohmsche Gesetz anwenden. Diese Spannung fällt direkt an diesem Widerstand ab. Eine Aufgabe, bei der man eigentlich nichts, überhaupt gar nichts versägen kann. Der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand beträgt 4,7 mA. Das hat er uns doch schon vorher bei der Aufgabe der Effektivwert des Gesamtstromes, der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand. Tja, hier sollten schon alle Alarmgocken schrillen, dass das natürlich nicht das Gleiche sein kann. Die Form ist immer noch falsch, weil die geht für eine Reinschaltung. Das stimmt irgendwie auch. Der Gesamtstrom, so. Der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand ist der reale Teil des Gesamtstromes. Daher beträgt der Effektivwert des Stromes 4,7 mA. Tja, aber das ist ja nicht der Realteil hier, das ist ja der Betrag. Und das ist ja gar nicht aufgeschlüsselt nach Real- und Immaginalteil. Das ist sehr hanebüchen. So, also Sie können jetzt natürlich hier gucken. Hier könnte das ja so passen. Also wenn ich jetzt einfach mal U durch R rechne, 11 durch 176, dann kommen da diese 0, Dings irgendwas raus. Das war hier auch der Realteil. Wenn ich jetzt diese Antwort nochmal mal 10 hoch 3 rechne, um das in Milliampere umzurechnen, sind das 65 Milliampere. Ich kopiere natürlich trotzdem jetzt hier die Antwort in der Gewissheit, dass sie falsch ist und klicke auf Prüfen und dann kommen da die 65,9 raus, 65,86, die uns auch Octave ausgerechnet hat. So, wir sind bei 20 Fragen. Es waren noch keine, selbst die Trivial-Fragen waren nicht richtig. Wie groß muss ein dem Verbraucher parallel zu schaltender Kondensator sein? Bei der Aufgabe hier. Das hatten wir auch vorhin schon mal, um den Leistungsfaktor auf 1 zu erhöhen. Also Blindleistung müsste man gleichsetzen. Jetzt geht es eben darum, diesen Kondensator tatsächlich auszurechnen. Vorher war schon mal nach dem Blindwiderstand dieses Kondensators gefragt. So, der Kondensator, das kann sein, dass wir das vorhin mal hatten, 7, irgendwas Nano-Farad. Jetzt steht hier so ein bisschen da. Wenn Wirkleistung gleich Scheinleistung ist. Genau, das stimmt. Und das stimmt auch. Und das ist das. Und jetzt setzt er aber wieder die Blindwiderstände gleich, was eben für die Schaltung einfach nicht passt. Das passt für einen Reihenschwingkreis, wo die beiden einfach direkt in Reihe geschaltet sind. Stimmt nicht für die Schaltung. Und jetzt wird das irgendwie umgestellt. Und das ist falsch. Ich habe jetzt, weil das ziemlich langwierig ist, keine Lust, das in Octave auszurechnen. Aber da kommt ein bisschen was Größeres raus. Also immerhin stimmt die Größenordnung. So, dann sind wir bei der gleichen Aufgabe. Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über der Induktivität in Volt? Jetzt müsste man mal noch irgendwie die Induktivität einzeln ausrechnen. Und dann kann man eine Spannungsteilerregel anwenden. Mal gucken, was der hier sagt. Also, wir könnten jetzt sagen, I mal XL, das passt. Ja, den Strom bräuchten wir natürlich. Die 0,37 sind aber auch schon falsch. Das waren die 1,6. Die 26 Ohm sind meines Erachtens auch falsch. Naja, dann wird das auch falsch sein. Ich überlege jetzt, ich glaube, das geht jetzt relativ flott, das hier mal noch auszurechnen, indem ich sage, dass XL, also ich nehme hier die Formel für das R, wie wir es vorher ausgerechnet haben, und schreibe jetzt hier das Q hin. Ich hoffe mal, dass das Q stimmt. Oh, ich schreibe mir einfach 77 hin. Also 77 durch den Strom sollte ein XL ergeben. Das könnte auch ungefähr so sein. Und wenn ich jetzt, Z haben wir auch noch, das waren die 137. Wenn ich jetzt XL rechne, durch Z, passt das? Ne, das passt nicht, weil ich das ja komplex machen müsste. Also doch, passt eigentlich XL durch Z mal 160. Dann sollten da 66 Volt rauskommen. Ich kopiere mal das Ergebnis von hier, klicke auf Prüfen. Das ist falsch. Und das richtige Ergebnis sind 66, die ich hier ausgerechnet habe. Okay, schade, schade. So, jetzt kommt noch eine Frage. Wie groß ist die relative Bandbreite des Schwingkreises? Das ist, glaube ich, diese Frage hier gewesen. Genau, bilden einen Reihenschwingkreis. Auch diese Antwort ist super, super einfach. Ich wäre jetzt auch wiederum erneut schwer enttäuscht, wenn Bart das nicht kann, weil das ist wirklich so, so einfach. Ich muss einfach eins durch Q rechnen, eins durch die 44. Da kommen 0,0227 raus. Und wenn man das in Prozent umrechnet, dann eben 2,2 Prozent. Boah, hier rechnet er irgendwas. Also, die Formel stimmt. B Omega durch Omega R. Aber er setzt einfach falsche Werte ein und falsche Werte ein. Und dann ist auch, also die letzte Rechnung, 0,69 ist 6,9 Prozent. Boah, also, das ist, ähm, das ist alles so, so haarsträubend. So, also die richtige Antwort sind diese 0,227. Okay, ähm, wir sind bei der 23. Frage. Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über den Widerstand? Ich tippe das mal hier schon mal ein. Erwarte nichts Großes. Versuche mal, das hier kurz nachzurechnen. Mit R durch Z mal 160, 145 müssen rauskommen. Das rechnet uns hier irgendwas. Der Widerstand sind 100 Ohm. I mal R. Aber der Widerstand ist schon falsch. Die 100 Ohm sind falsch. Das ist die Zahlenrechnung. 0, 0,73 mal 100 sind 60 Volt. Das ist, das ist zu schön. Also es ist wirklich, ähm, sehr, sehr erheiternd, sich das anzuschauen. Also wer als Dozent, Dozentin, Professor, Professorin, Prüfer und Prüferin in Ingenieurwissenschaftlichen Fächern ernsthaft Angst davor hat, dass Studierende sowas in Prüfungen zu ihrem Nutzen nutzen könnten. Ähm, nein. Nein. Ich glaube es nicht. Nicht, nicht nach jetzigem aktuellen Stand und vermutlich auch nicht innerhalb des nächsten halben Jahres bis Jahres, weil das muss, müsste jetzt nochmal einen so unglaublichen Sprung nach vorn machen, dass ich das einfach nicht sehe. So, wie groß ist die absolute Bandbreite? Es ist die gleiche Aufgabe. Ähm, auch nicht wahnsinnig schwierig, das auszurechnen, weil, ähm, also das, was wir machen müssten, das, was hier steht, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt, wobei, ich nicht weiß, wo diese zwei herkommt, eins durch ein Halb Q ist BF, naja, Gütefaktor, R durch 2X, Reaktanz des Schwingkreises, aber welche, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Also, wenn ich jetzt die Resonanzfrequenz nehme, die 147 und die durch das Q teile, durch die 44, dann kommt die absolute Bandbreite raus in Hertz 3,34. Ähm, 3,34 Hertz und Barth sagt uns 12,2, das passt von der Größenordnung her, ist aber trotzdem grandios falsch, weil die richtigen Antworten sind 3,34. Okay, alles sehr fragwürdig, was hier steht. Ein Parallelschaltung, wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch die Kapazität, das hatten wir ja gerade auch schon mal, das ist glaube ich hier diese Aufgabe, genau, mit dem 11 Volt. Ich tippe das mal rein, ich, ich, ich wette vorher, dass 4,7 Milliampere rauskommen, mal gucken, es kam bis jetzt immer auf 4,7, oh, null, oh, null, hm, auch gut, der Effektivwert des Stromes, der Strom durch eine Kapazität ist ein sinusförmiger Strom, der, der 90 Grad der Spannung voraus, stimmt das, ähm, an Induktivitäten Ströme sich verspäten, genau, an Kapazitäten Spannung sich verspäten, der Strom eilt voraus, der Effektivwert des Stromes ist daher 0 Milliampere, das ist natürlich grandios falsch, äh, wir können jetzt diesen Strom relativ einfach ausrechnen, indem wir, haben wir noch das C, das haben wir noch, und haben wir noch ein Omega, das haben wir auch noch, so, dann ist, äh, I ist U durch, also I, U durch Z oder U mal Y, Spannung mal Admittanz und Admittanz einer Kapazität ist Omega mal C oder zumindest der Betrag davon, so, dann ist das der Strom mal 1 E3, um das in Milliampere umzurechnen, sind 640, sollten da rauskommen, prüfen wir mal, oh, die richtige Antwort ist 44, ach so, Moment, ich habe die falsche Spannung, ich habe, U ist hier auf das, auf 160 gestellt, ich muss natürlich U auf 11 stellen, dann kommen da die 44 raus, okay, so, na gut, vor, 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 letzte Frage, wie groß ist der Mittelwert der Spannung? Schöne Frage für dieses, eine konstante Gleichspannung mit der Rechteckpulsfolge, ich tippe das mal ein, eigentlich müsste man jetzt hier nur rechnen, ähm, ups, die 169, mal 8 durch 11 als Summe von den 8 und den 3 Millisekunden, mal gucken, was der ausrechnet, der Mittelwert, gleich eine Mitte, der Mittelwert der Spannung über den Widerstand, ist gleich die Mittelwert der Leistung geteilt durch den Widerstand, das würde ich so nicht sagen, weil, ja, Leistung, proportional ist zum Quadrat der Spannung, oder die, äh, Spannung proportional ist zur Wurzel der Leistung, die Anzahl der Zyklen pro Sekunde, das ist alles so sehr, die Anzahl ist gleich der inversen Periodendauer, boah, U Quadrat, C, T, Null, ne, also, ich meine, da kann man jetzt mal schon so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand drauf schauen, ich habe 189 Volt, die mache ich für 8 Millisekunden an und dann für 3 Millisekunden aus, dann wird die mittlere Spannung nicht 12,3 sein, das ist doch ziemlich suspekt, sondern stattdessen, wenn man jetzt mal hier kurz eine Zahlenrechnung macht, 189 mal 8 durch 11 sind 137, die da rauskommen sollten, die kommen da raus, die 12,3 sind natürlich grandios falsch, so, okay, dann haben wir zum Glück die gleiche Frage, so dass ich hier nicht umwechseln muss, und die fragt nach dem Effektivwert dieser Spannung über den Widerstand, so, da sagt er jetzt, wir brauchen die Spannung zum Quadrat, sehr witzig, weil ihr irgendwie Volt zum Quadrat von T steht, aber die Formel stimmt, das ist im Prinzip die Formel für den Effektivwert, wir müssen die Spannung nehmen und quadrieren, über die Zeit integrieren, durch die Periodendauer teilen und davon die Wurzel ziehen, so, dann haben wir das, dann kommt jetzt hier eine Latex-Formel raus, geparst raus, die nicht mal irgendwie wie Latex aussieht, aber die jetzt auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aussieht, weil wir haben, über 8 Millisekunden nehmen wir das, und dann nehmen wir irgendwie von 8 bis 11 Millisekunden 0, und teilen am Ende durch 11, und dann könnte das so sein, also, wenn ich das jetzt mal hier kurz nachrechne, also wir nehmen die 198 zum Quadrat, die rechnen wir mal 8, dann teilen wir, also dann kommt da noch plus 0 dazu, die könnte ich mir jetzt im Prinzip sparen, so, das wäre das Integral mit den Grenzen eingesetzt, dann teile ich durch die Periodendauer, teile ich durch 11 Millisekunden, und rechne davon die Wurzel, und dann kommen 161 raus, nicht 159, aber vielleicht gelten die 100, also, wir können ja mal das hier allein ausrechnen, 198 zum Quadrat mal 8, tja, ich verstehe nicht, wo diese 166 hier herkommen, das erscheint mir auch alles suspekt, so, also 161 sagt meine Zahlenrechnung, 159 sagt das hier, klicken wir auf prüfen, ist falsch, weil es ist sehr dicht dran, aber es ist trotzdem falsch gerundet, richtig sind die 161, die hier stehen, tja, schade, 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 auch das keine allzu schwierige Frage, so, jetzt haben wir wieder diese duale Schaltung, das ist wahrscheinlich die Aufgabe hier, mit der dualen Schaltung, und als zweites gefragt, wie groß ist der Leitwert in der dualen Schaltung, was man jetzt machen müsste, ohne das Großherz zu leiten, ich muss die 44 durch 5 teilen, das mache ich gleich mal, das würde man jetzt natürlich auch noch irgendwie im Kopf hinbekommen, 40 durch 4 sind, 8 und 4 durch 5 sind, 0,8, also kommt da 8,8 raus, Bart sagt 0,1, das ist falsch, da sollten 8,8 rauskommen, gucken wir mal, 8,8 ist die richtige Antwort, schade, schade, so, und dann haben wir noch den ohmisch induktiven Verbraucher, wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Admittanz, das war diese, dieser Prompt hier, und der soll angegeben werden, in, oh, hier fehlt so ein bisschen Fragezeichen vielleicht, wie groß ist der, der Phasenwinkel der komplexen Admittanz, da fehlt das Fragezeichen, so, 26,56 Grad, mal gucken, wie er es ausgerechnet hat, also er hat die Admittanz ausgerechnet, dann hat er, ja, wieder irgendwie das mit dem U, was nicht so richtig gut stimmt, dann kommt da irgendwas Komplexes raus, was, naja, weiß nicht, stimmen könnte, oder vielleicht auch nicht, aber hatte ich nicht die, die Admittanz ja irgendwie mal ausgerechnet, zwischendurch, dass, ich habe, ich bin ja hier trotzdem auf andere Zahlenwerte gekommen, also richtig, glücklich erscheint mir das ja auch nicht, wobei die Zahlenrechnung an der Stelle zu stimmen scheint, P durch U, aber das ist auch, diese Formel hier ist auch falsch, hier müsste ja irgendwie ein, ein U Quadrat oder sowas stehen, also, wenn ich P durch U rechne, kommt auch ein Strom raus, und keine, kein Leitwert, naja, und deswegen stimmt das auch mit den Millisiemens nicht, also hier die Formel, die Formel ist, die hat er uns vorhin schon mal irgendwie ausgespuckt, hier ein bisschen weiter oben, da ist mir das noch gar nicht so, ähm, aufgefallen, oder, oder weiß nicht, bei der, irgendwo, irgendwo denke ich, habe ich hier diese Formel schon mal gesehen, aber egal, also sie ist auf jeden Fall auch falsch, das ist irgendwie auch falsch, das Ergebnis könnte stimmen, ähm, stimmt aber wahrscheinlich nicht, so, wie ich das jetzt rechnen würde, ich würde sagen, wir wissen ja P, das sind 170, und wir wissen, das Q, das sind 77, und jetzt könnte man aus P und Q, ähm, aus Q durch P, davon den Orcus Tangens ausrechnen, den mal 180 und durch Pi teilen, dann kriege ich den Winkel raus, 24,3 Grad, und der müsste jetzt aber negativ sein, ähm, weil es ja um die Admittanz geht, und nicht um die Impedanz, so, also ich nehme mal die 26,56 Grad von hier, die könnten von der Größenordnung und vom Wert her ungefähr so stimmen, und es sind aber minus 24,4, die 24,4, die ich hier in Oktav ausgerechnet habe, so, und dann ist die letzte Frage, wie groß ist der Phasenwinkel der Impedanz, vorher ging es um die Admittanz, jetzt geht es um die Impedanz, das ist natürlich der gleiche Phasenwinkel, ähm, sehr spannend, dass jetzt diese Frage, ähm, direkt darauf folgen kommt, und sehr witzig, äh, wartet uns jetzt was, wo es um die Impedanz geht, äh, der Phasenwinkel ist negativ, weil die Reaktanz der Induktivität, der Spannung entgegengesetzt, fäst ist. Ja, das hier, das negative Vorzeichen steht, ist grandios falsch, der Zahlenwert stimmt natürlich auch nicht, also das sind jetzt einfach die 24,4 von eben bloß positiv. Tja, damit sind alle Fragen durch, ich kann den Versuch abschließen, es ist alles grandios falsch, äh, nicht mal die einfachen Fragen, nicht mal die Low Hanging Fruits, hat Bart hier richtig gerechnet, es ist, ähm, echt ein bisschen zum Haare raufen, wenn man denn noch Haare hätte. Tja, also, es ist eben, es ist und bleibt ein Sprachmodus, Logikmodell, es erstellt Text anhand von gewissen Wahrscheinlichkeiten, es ist kein Logikmodell, es, das, was da rauskommt, beinhaltet eher eine Korrelation statt einer Kausalität, ja, ähm, da steckt keine Logik drin, und in diesem Fall auch offensichtlich keine wahnsinnig gute Zahlenrechnung und, ähm, so richtig viele tolle Quellen zum Thema Elektrotechnik scheint das Ding auch nicht auswendig gelernt zu haben, weil ja auch schon einfach ziemlich, 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 ziemlich viele Förmlichen falsch sind, wie eben diskutiert. so, deshalb, also, zusammenfassend und vielleicht als Fazit, als Student, als Studentin, das in Prüfungen nutzen, im Hochschulbereich, im universitären Bereich für ingenieurwissenschaftliche Fachprüfungen, sehr mutig, würde ich mal sagen, sehr ambitioniert, ähm, also, wenn man weiß, was man da tut, dann kann man das machen, aber wenn man weiß, was man da tut, braucht man das auch nicht, und ich meine, wenn man alle, jede Formel, die hier rauskommt, sowieso irgendwie nochmal auf die Goldwaage legen muss, und sich überlegen muss, kann das von der Formel her stimmen, kann das von der Umstellung her stimmen, kann das von der Zahlenrechnung her stimmen, ja, dann kann ich es auch gleich von Anfang an, ähm, rechnen, so, aus Sicht einer Lehrperson, ähm, also, ChatGPT hat sich jetzt ja geringfügig besser geschlagen, auch wenn ich da nur den halben Test gemacht habe, und das 3 von 15 Fragen richtig hatte, ich meine, dieses hier lag jetzt grandios bei allen Fragen falsch, also, ähm, in einer Open Book, Open Web Prüfung, Studierenden in einem Ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenfach, die Nutzung von, äh, BART in dieser Version, und auch auch ChatGPT in der zumindest freien Version, die dann auf 3.5 oder so, äh, GPT basiert, zu benutzen, ich hätte da absolut überhaupt gar kein Problem mit, zumindest nach jetzigem Stand, weil es einfach überhaupt gar nicht hilft, wie man hier in diesem Video wunderbar sieht, und ich meine, das sind jetzt auch Aufgaben, die, ähm, ein bisschen wieder für gemacht sind, ja, die, ähm, mit, äh, mit einem solchen KI-Dienst zu rechnen, weil die ja schon wie eine Textaufgabe, rein mit Text formuliert sind, wenn ich es jetzt noch anfangen würde mit, wir haben hier ein Schaltbild, oder wir haben ein Diagramm, also irgendwo habe ich jetzt auch bei Twitter gelesen, dass, ähm, BART auch irgendwo mit, mit Schaltbildern und Diagrammen umgehen kann, das müsste man jetzt mal probieren, wahrscheinlich muss man die dann einfach als Bild hier in den Prompt reingeben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann wahnsinnig viel besser wird, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Ding dann, wenn man anhand einer Schaltung erkennt, ja, wenn es schon nicht in dem Text erkennt, welches Bauelement zu welchem Parallel und in Reihe geschaltet ist, in super einfachen Schaltungen, wo einfach, einfach nur zwei Bauelemente in Reihe und oder zwei Bauelemente parallel sind, dann kommt vielleicht noch ein drittes in Reihe und oder parallel dazu, wenn das, wenn das schon das hier an der Stelle nicht begreift, was da stattfindet, dann wird das das auch nicht in dem Bild begreifen, und ich meine, wenn, dann würde ich sagen als Lehrperson, Gott, dann zeichne ich das Bild ein bisschen um, ähm, sodass das nicht mehr wie das Standardbild irgendwie in der Wikipedia aussieht, dann, dann erkennt das das erst recht nicht, was da zu wem in Reihe und was dazu parallel ist, weil es einfach eben nicht die Topologie der Schaltung wirklich erkennt, sondern, ja, guckt, äh, vermutlich, okay, was sieht denn so ähnlich aus und wie wurde denn dieses Bild mal beschriftet und, und getaggt. Deswegen, deswegen zusammenfassend halte ich das alles im Moment für die Bearbeitung von Prüfungsaufgaben im Ingenieurwissenschaftlichen Bereich in Hochschulen für ziemlich nutzlos und für ziemlich overhyped und damit ist dieser kleine Stream und vielleicht auch damit diese Videokonserve zu Ende. Ciao, ciao.